Da kann man nämlich gucken, ob sich hier unten noch so befindet. Ach nee. Gehen wir doch einfach mal schauen, ne? Wenn wir doch schon einmal hier sind. Zum Glück sind die Kreaturen ausgeschaltet. Ach, hier ist auch noch ein bisschen Wasser. Dazu kommen wir dann später. Na, ich werde vorher weggetrieben. Boah, krass. Geht ja noch mehr hier runter. Ich hoffe, ich fühle mich schon wieder zurück. Aber dann brauchen wir eigentlich nur den Facken und vorher. Was ist jetzt schon wieder? Oh, das war's doch schon hier, wa? Cool. Nicht schlecht. Jetzt nur alles sehr unberührt hier. Boah, ich finde da oben ist mir auch okay. Und sehr viel Kohle. Wie mich das schon wieder freut hier. Ja, mit der Spitzsacke haxt der ewig rum hier. Okay, jetzt haben wir jetzt wieder einen freien Inventar. Wieder einen freien Slot geschaffen. Jetzt nehmen wir unterwegs noch ein bisschen was Eise mit. Ich frage mich, was hier hinten ist. Ich nehme mir mal die kleine Flacke hier. Springe ich mal hier oben drauf, wenn es gehen würde. Na, komm schon. Nee, es geht nicht. So. So ein großer Wasserfall ist das hier. Interessant. Sehr interessant. Gut, ich belasse das erstmal so. Da kann ich mich noch ein bisschen auf den Kieps hier stürzen. Nichts überstürzen hier. Hier ist nämlich unser kleiner Staudamm. Den sollte man jetzt nicht kaputt machen, sonst ist nämlich wieder alles überflutet. Was war hier unten? Achso, hier unten war ja bloß. Na gut, hier unten haben wir ja noch Eisen. So, ganz praktisch, wenn man es hat. So, gehen wir mal nach oben. Die so frische Luft schnappeln. Auf jeden Fall muss ich hier noch eine Treppe noch mit hier unten einzimmern irgendwie. Ah, wir haben ja genug Pflastersteine. Dann können wir das ja machen. Haben wir jetzt so ein bisschen Erde gesammelt? Nein, haben wir ja nicht. Wir haben mal irgendwo eine Spitzhacke hier. Wir haben auch keine Spitzhacke mehr. Wie sieht denn das jetzt aus? Ja gut, hier haben wir noch ein paar Stöcke. Jetzt müsste ich mir ja noch ein paar Spitzhacken machen. Da muss ich mir ein paar Steinspitzhacken fertigen. Geht jetzt nicht anders.